Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wird gezeigt, wie man einen ZipGate-Trunking-Anschluss in der TipTel 8010 bzw. 8020 einrichtet. Dazu müssen zuerst ein paar Einstellungen im ZipGate-Konto erledigt werden. Das heißt, wir loggen uns jetzt hier erstmal bei ZipGate ein und befinden uns damit erstmal im Bereich Trunks. Vom Prinzip ist das Ganze relativ einfach. Wir haben Rufnummern und wir haben Trunks. Rufnummern können wir verschiedenen Trunks zuordnen und die Trunks richten wir dann in der Anlage ein. Hier legen wir jetzt einfach einen Trunk an. Das geht mit Telefonanlage anlegen. Dann vergeben wir hier erstmal einen Namen, zum Beispiel TipTel 8010. Und dann können wir noch verschiedene Rufnummern, die wir besitzen, direkt zuweisen. Ich weise jetzt einfach mal alle Rufnummern zu und dann gehen wir hier unten auf Telefonanlage anlegen. Damit ist der Trunk TipTel 8010 angelegt. Um das Ganze in der TK-Anlage einzurichten, brauchen wir allerdings noch ein paar weitere Informationen. Deswegen gehen wir jetzt hier auf den Trunk drauf und dann sehen wir hier den Bereich Zip-Account-Daten. Hier benötigen wir die Zip-ID und das Zip-Passwort. Diese beiden Daten notieren wir uns und dann können wir uns auch schon bei ZipGate wieder ausloggen. Damit wechseln wir dann auf die Konfigurationsoberfläche der TipTel-TK-Anlage und dann melden wir uns hier an der Web-Oberfläche der TK-Anlage an. Wichtig ist dabei, dass ein Zugang verwendet wird, welcher über Admin-Rechte verfügt. Nach dem Login gehen wir dann in den Bereich Routing und legen hier im Bereich Gateways ein neues Gateway, also einen neuen Telefonanschluss an. Dann öffnet sich ein neues Fenster, das neues Gateway hinzufügen heißt. Um den ZipGate-Anschluss einzurichten, wählen wir einfach als Provider aus ZipGate Trunking. Dieser Provider ist hier vorkonfiguriert, das heißt die Zip-Experten-Einstellungen müssen nicht manuell getätigt werden. Wir benötigen also nur die Zugangsdaten und die Rufnummer. Zuerst vergeben wir jetzt hier einen Namen, zum Beispiel ZipGate Trunk. Dann müssen wir den Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Zu guter Letzt können wir dann noch bei Bedarf die Funktion ClipNoScreening aktivieren. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, mit der wir abgehend eine andere Rufnummer als auf dem Anschluss vorhanden nutzen können. Dieses Feature muss allerdings auch beim ZipGate-Anschluss gebucht sein. Ist das nicht der Fall, können wir es auch einfach deaktivieren. Und dann gibt es noch den Punkt Amtsholung benutzen. Aktivieren wir die Amtsholung benutzen, dann können wir hier eine Amtsholung definieren, zum Beispiel die 0. Und das bedeutet jetzt folgendes, wenn wir abgehend telefonieren, müssen wir immer eine Amtsnull vorwählen. Das heißt zum Beispiel wählen wir nach Frankfurt, müssten wir jetzt eingeben 0069. Deaktivieren wir die Amtsholung einfach dann ganz normal 069. Im Anschluss speichern wir dann die Einstellungen und legen damit den neuen Anschluss an. Dieser registriert sich dann sofort. Jetzt ist der Anschluss grundsätzlich einsatzbereit. Wichtig ist aber bei der TipTilt-TK-Anlage auch noch das Routing. Es gibt hier einen Standardeintrag für das eingehende Routing. Ausgehend ist allerdings noch gar nichts konfiguriert. Wir schauen uns zuerst das eingehende Routing an. Dafür gehen wir links in den Bereich Routing eingehend und wählen dann hier oben bei Gateways den richtigen Anschluss aus. In dem Fall den ZipGate Trunk. Folgende Einstellungen sind hier standardmäßig aktiv. Einmal ein Eintrag für die Zentrale. Da wird standardmäßig die erste Durchwahl des Anschlusses genutzt. Man kann diesen Eintrag natürlich auch bearbeiten und hier ist das Ziel dann zentraler Abwurfplatz. Dann greifen die Durchwahlen. Das bedeutet zum Beispiel die Durchwahl 33 wird auf die Nebenstelle 33 geleitet. Und bei allen Durchwahlen, wo es keine passende Nebenstelle gibt, also zum Beispiel nehmen wir mal als Beispiel die 34 gibt es jetzt nicht als Nebenstelle. Dann greift dieser Eintrag und der gleitet das Ganze dann auch wieder auf den zentralen Abwurfplatz. Man kann das Ganze natürlich, wenn man möchte, noch individualisieren und weitere Funktionen hier verwenden. Grundsätzlich ist das Ganze aber sofort einsatzbereit. Dann gibt es noch das Routing ausgehend. Dazu gehen wir in Routing ausgehend. Damit befinden wir uns im Call-Routing. Hier benötigen wir einen Eintrag, um über den ZipGate-Anschluss abgehend telefonieren zu können. Wir wählen hier beliebige Nutzer aus oder können auch alle Benutzer über den Anschluss abgehend wählen lassen. Das würde zum Beispiel folgendermaßen dann aussehen. Als Muster wählen wir dann Stern aus. Stern bedeutet alle Calls. Wir können hier auch nach bestimmten Rufnummern zum Beispiel filtern, dass nur wenn bestimmte Rufnummern angewählt werden, dieser Eintrag greift. Und als Gateway-ID wählen wir dann den ZipGate-Anschluss aus. Jetzt können wir die Regel noch platzieren. So höher die Regel platziert ist, desto höher wertig ist diese Regel. Das heißt, die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet. So würden alle abgehenden Calls über den ZipTrunk-Anschluss geführt werden. Mit Speichern wird das Ganze dann übernommen. Damit sind wir mit der Konfiguration in der TipTel 8010-TK-Anlage soweit fertig. Der ZipGate-Anschluss ist nun vollständig einsatzbereit. Wir können uns nun einfach aus dem System wieder ausloggen. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, eine Datensicherung anzufertigen. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen.